Test your might 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 So, salut zusammen Ähm Ich bin da gerade am rumschauen Weil dort habe ich noch mal so grüne Teilers entdeckt Und Und Irgendwie will ich jetzt mal dort hinkommen Ich lasse jetzt mal die Fackeln Fackeln sein, es ist eh nur Verschwendung Mal schauen, vielleicht wird In ein Schabengeschossen, es kann gut sein Ich denke jetzt mal, es ist Verschwendung Weil bis jetzt ist noch nichts passiert Ausser dorthin, hui Jetzt beim Abend überlegen Ob man da eigentlich durchlaufen kann Eher nicht, he? Ach Gott ist das mühse Ich brauche sicher Sandstein zum rüberkommen Also hole ich mir Sandstein zum rüberkommen, okay? Ganz klar Ähm Ich bin ziemlich überzeugt Dass es da noch irgendwo Erwollen hat Aber keine Ahnung wo Äh Keine Ahnung Wenn ich doch nur weiter runter sehen könnte Also Kohlen hat man genug Wie würde ich sagen Auf den Rest von unserem Leben Ich hoffe Ich hoffe es geht noch lange Sehr lange Ich glaube da ist nichts Ich glaube da ist nichts Was meint ihr? Ach ich weiss es ja nicht Ach ich weiss es ja nicht Weiss es einfach nicht Schauen Schauen dass wir einen Weg nehmen Sehr gut gemacht Was habe ich gerade für lags Was ist da los? Oh Ah ja Beruhigt sich wieder Oh ist echt der Creeper runter Schauen Das ist echt nur noch ein bisschen Mauern Ach ich glaube da ist echt nichts Mal schauen, vielleicht schneide ich danach Wieder Huchere viel aus Einfach Um nur das zu zeigen Was ich dann gefunden habe Macht ja keinen Sinn Dass ihr da Mein Summengesuchen seht Oder? Schreibt mir doch bitte Da innen Was ihr denkt Ja dort ist er Hey Sunbird Mach dass du wegkommst Mach dass du wegkommst Aber nein Gar nichts Ups 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 Gar nichts Aber Aber Ich glaube ich Grabe mich jetzt hier einfach runter Weil dort unten irgendwo Irgendwo Ist alles cool Ist alles cool Eben Eben Da hat es dann irgendwo so einen Weg Hatte Ich bin überzeugt 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 Und gar nichts Oh oh Was ist das? Klaus da oben drauf? Kein dicker Michi. Wieso laufe ich da in der Nacht rum? Oh, Stegen. Die habe ich vorher noch nicht gesehen. Was ist das bloß wieder? Ich bin so gewunderig. Und wofür das noch hin? Was gehen wir jetzt an Rasko schauen? Hm. Leckerst du mich verschreckt. Gesichte. Okay. Mehr Level für mich. Ich glaube da hinten ist auch nichts. Ah nein. Zombie is behind me. Ah ja, biss mich doch. Jetzt wird ja auch ein Zombie. Nein. Ich habe aber keinen Chess. Nichts. Voll fies. Nein. Nein. Das muss jetzt nicht. Schlimm jetzt mal. Ich gehe jetzt drüber noch mal schauen. Enderman. Sully. Ich soll nachschauen. Mal schauen, ob das so klappt. Oder ob ich jetzt verrückt. Oder ob ich jetzt verrückt. habe ich jetzt drei angeschaut. Ah je. Das ist mir schon mal passiert. Sie haben mich schon mal so runtergekickt. Aber ganz ehrlich. Ich glaube die kommen nicht. Aber ganz ehrlich. Ich glaube die kommen nicht. Ah nein komm. Alles Pussis. Alles Pussis. Da oben drüber. Sieht schon langsam geil aus. Auch ohne in der Nacht. Ha. Sun is rising. Zombies are burning. Smell their flesh. I'll be happy to. I want you to rescue. Here I am. Oh oh. Oh oh oh. Sand. Uncool. total uncool nein, da gehe ich sicher nicht drüber so gut, guy, so gut schon gut, nicht für mich nein, nein, nein ok, aber wir haben ja nicht drüber will, also machen wir das doch irgendwo höre ich einfach noch ein Skelett das macht mir ein bisschen Angst ja, da unten ja gut, das trifft mich eh nicht ich habe ein bisschen Angst gerade das Geländer nachziehen ok da ist noch der Zoll, wenn man Wuller gefunden hat, muss man den jetzt erst versteuern dann darf man es aufbrechen, so, ganz klar blödsinn schatze wieder also schauen wir doch noch mal wie wir am besten dorthin kommen ok, da sind wir das Pickyhole nicht nein, sagging du tacke äh, sagging du nahe naja, ich will weg uns doch mal das Hallo? Hat er mich einfach nicht gesehen? Wieso bin ich jetzt runterge... Ah ja stimmt, ich habe nicht schiff gedrückt. Also ich brauche ganz sicher noch einen Fluchtweg. Ah, da ist er. So ein Aimbot-Elender. Was ist das für eine Fakle? Okay. Ja, ein bisschen steigen, warum nicht? A Rail Chest. Ja, ich werde wahrscheinlich anfangen, alles zu verbinden. Aber... Im Moment eigentlich noch nicht, weil ich nicht weiss, ob wir nochmal da hin müssen oder nicht. Ah, Gesicht. Wo kommen wir jetzt denn? Da oben drauf? Ja, aber ich glaube das war es. Nur Rail Chest. Blöd. Oder auch noch nicht. Oder auch noch nicht. Oder auch noch nicht. So schnell kann es gehen, ey. So schnell kann es gehen. Tja. Alles wieder Equipe. Habe ich noch irgendwo einen Bogen? Ich glaube nicht. Ja gut. Ich war auch ein bisschen unvorsichtig. Hups. Entschuldigung. Muss ich zugeben. Ich hätte es ein bisschen anders angehen sollen. Ähm. Was braucht man noch? Ja, ja, eine Schuffele. Nichts. Ich denke mal noch Cobblestone. Ich denke mal noch Cobblestone. Mhm. Doch. So. 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 Okay, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal dort hin, wir sehen uns dann gerade dort wieder. Ich glaube, das ist das Geschehste.